Julio, für wen willst du stark sein? Für meine Frau, für meine Familie. Schau mal her. Wo sind ihr? Ja, da kriegen wir direkt die Tropfen raus. Ich freue mich so sehr, sie hier zu sehen. Baby. Als ich ihn dann endlich in den Arm heilen konnte, ich konnte gar nicht reden. Also so wie jetzt, ich war einfach so voll überwältigt von meinen Gefühlen. Weil er dafür gefühlt ein neuer Mensch mir stand. Sobald meine Frau neben mir ist, dann bin ich komplett emotional. Das ist für mich so mein Rückzugsort. Ja, er ist einfach die Liebe meines Lebens. Hört sich voll doof an, aber ich bin verdammt froh, ihn getroffen zu haben. Ja, okay, okay. Ich bin dir am Anfang. Ja, okay, okay. Denk dir, denk dir, denk dir, denk dir, denk dir. Der. Der. Vielen Dank.